Ich möchte ganz gerne heute mal meinen Film drehen, aber ich weiß nicht, wie das so funktioniert mit dem Handy. Kannst du mir das mal sagen oder erklären? Ja, klar. Also du gehst auf die Kamera. Am besten hältst du das Handy nicht hochkörnend, sondern waagerecht, weil das ist einfacher. Das Bild hinterher ist auch klarer und deutlicher, weil du hast alles drauf. Okay, super. Dann kannst du auch ranzoomen, falls du mal eine Person ein bisschen deutlicher haben möchtest. Aber es ist eigentlich richtig einfach. Gut, und dann lege ich einfach los. Das heißt, dann mache ich einfach auf ein Play und dann lege ich los. Genau. Okay, super. Das ist ja nicht so schwer. Sport ist cool. Sport vereint. Sport vereint. Das ist richtig. Das ist sehr schön. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig.